So, moin zusammen. Tag auch, wie die Zeit verfliegt und verrennt. Genau, schon wieder ist unser Gewinnspiel, ein weiteres Gewinnspiel ausgelaufen und zwar mit 10x2 Freikarten, die wir zur Verfügung gestellt haben vom Theater Nienburg. Und zwar, Kai, für das Stück. Belladonna, eine Komödie von Stefan Vögel. Ganz genau. Und da geht es jetzt hin am 15.09. Genau, und zwar für diejenigen, die eine E-Mail bekommen haben mit der entsprechenden Gewinnbenachrichtigung. So, da ist auch unser Kontakt natürlich drin an Jessica Witt, die verwaltet das Ganze. Die freut sich natürlich darauf, dass sie auch nachher Fotos bekommt vom Theater im Theater. Wie auch immer, dass wir was Schönes für den Facebook-Account haben. Ganz genau. So, ein Gemännern. Ja, genau. Viel Spaß bei diesem tollen Stück. So sieht es aus. Vielen Dank, ganz Theater Nienburg für die tollen Karten. So, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.